Ja, hallo und willkommen zurück bei Resident Evil 5. Und auch ein herzliches Hallo-Halle-Hallolo von mir, dem kleinen Mr. Nemesis. Gut, wollen wir weiterfahren? Ja, ich habe gemerkt, die Granate werde ich wahrscheinlich später einsetzen. Ja, gut. Später! 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 Ähm, gleich wie vorhin? Du machst zu? Ja. Diese blüten Vertreter immer, dass die immer sonntags, mittags kommen müssen, ja? Du sitzt hier, denkst nichts bloßes, hast hier deinen Fernseher aufgestellt, ja? Da schreien die schon von draußen. Malukulea, Malekas, ja, okay, ja. Irgendwas mit Goronzola, was sie auch noch kaufen. Genau. Da wäre mit Chabba der Hut noch lieber. Oh, okay, Oeka, wey, Angsola. Oh, okay, wir gehen die hier raus. Hallo, wer klopft da? Hä? Da klopft es am Schrank. No, 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 no. Okay, ähm, über Kreuz stehst du. Ich stehe hier und nehme die linke Seite und du mit dich, ja? Ja. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ah, sie haben endlich geschafft, den Dings zu schnaiden. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Willst du das berühren? Hast du Kopfschmerzen? Ich geh rein und geh direkt wieder raus. Also, zum Fenster raus. Adios, muchachos. Hinter dir, hinter dir. Zurück, zurück. Hinter dir, hinter dir. Okay, raus, raus, raus. Geld und raus. Irgendwo hier muss es doch fallen. Was? Was? Ne, immer abweg schon. Du im Kopf, du im Kopf. Sei du. Sei du mortales. Alles meins, alles meins. Ey, rück mal nicht auf die Pelle, Alter, echt jetzt hier. Gibt's denn sowas? Oh. Ach, jetzt weiß ich wieder. Hier. Hier. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Okay, wir müssen den grossen besiegen. Naja, komm gleich, komm gleich. Bitte, bitte, halten. Bitte, halten Sie. Oh. 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 Was ist das? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh. Oh, nicht schon wieder, ey. Lauf weg, lauf weg. Echt gar nicht, ich bin gleich hin und hier. Tod in drei, zwei, eins. Chris Redfield, was soll der Mist? Ich weiß nicht, was der macht. Ich war das nicht. Und ich gucke jetzt auch nicht scheu wie ein Reh irgendwo sonst hin, ja? Ich war das nicht. Komm her. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, bist du bereit, bist du bereit? So, mir reicht's hier direkt raus. Kommt her, ihr Mädchen. Also, ihr, ihr, nicht mehr Sinn, das ist ja sehr feindlich, dass das... Hast du jetzt hinter mir zugemacht? Alter, hast du jetzt... Toll. Was für eine Arschkrampe. Ja, ich spring raus und der andere macht hinter mir das Loch zu. Ich kann das, was du, dass du raushängst zu den Barbaren. Wie ist das? Nein, er leidigt. Ich muss es nicht geschützt sein. So, ich habe ein neues Loch gemacht. Passt das? Was hat sie getan? Irgendwo muss ich ja reinkommen. Zwar, jetzt ist es so weit offen, jetzt komme ich nicht mehr rein. Komme ich nicht mehr rein. Oh. 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 Was ist das denn? Oh. Oh. Ähm, ähm, pass auf, hinter dir. Hinter dir. Oh, Alter, da ist jetzt. Und, noch ein Punch. Oh, Alter. Und, lauf, 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 lauf. Lauf aber nicht durchs Feuer, nicht durchs Feuer. kommt hin schlagen schlagen und noch mal schlagen kommt noch mal schlagen kommen zack so geht das so geht das ich weiß da was ich versuche was wow der Typ da bei den Griffen hier so komm mit komm mit wir müssen weg hier nicht zu viele oh nimm deine Finger von mir komm 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 weiter 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 das herkommt gibt's noch viel mehr oh oh jetzt hab ich's dir gegeben ich hab's dir gegeben jetzt kick ihn gleich noch mal kick ihn gleich noch mal jetzt jetzt geht nicht oh oh klar ey du 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 ja na klar du liegst am Boden und ich sterbe ja ey du was geht denn bei denen schief ich erwähne jetzt hier nebenbei nicht dass ich das Spiel schon auf jedem Spiel Schwierkeitsgrad mal durchgespielt habe ich erwähne auch nicht dass das damals auf der Xbox war genauso wenig erwähne ich dass ich mich jetzt gerade tierisch aufrege wegen dem blöden Dreckspiel ja ich bin die Ruhe selbst hat die Xbox vielleicht ein Auto ein nein hat sie nicht ja nein hat sie nicht er weiß nur dass viele Konsolenspiele ein Auto ein haben ach woher das war ja ich werde mich selbst schon zum Beispiel GTA 5 ja ok GTA ja ja auf dem PZ gibt es kein Auto ein auch bei GTA nichts ja da wird gezielt wie Kommst du klar? Ja. Kommst du immer noch klar? Ja, klar. Bist du sicher, dass du klar kommst? Ich würde dir helfen. Vielleicht aber auch nicht. Boah, da passiert noch nicht viel. Dann kannst du nichts falsch machen. Kommst du klar? Ja. Ja. Ah, kommt er. Hallo, Kringo. Kirk, komm in. Die Lokal sind in Ordnung. Die Garten sind geöffnet, und wir sind verabschiedet. Wir brauchen Backup, und wir brauchen es jetzt. Roger, dann. Warte, ich bin auf meinem Weg. Du hörst das, Sheva? Das hilft auf dem Weg. Seit wann kommen sie von hinter uns? Also, ich hau ab hier. Ich ja auch, aber seit wann kommen die direkt hinter uns her? Okay, und tschüss und weg. Äh, ist das Tor schon eingeschlagen? Ja. Nein, darum bin ich noch da. Äh, ich meine das andere Tor, wo der große aufschlägt. Tor Nummer zwei ist weg. So. Ja, 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 ja. Alter, echt jetzt? Alter, das gibt's ja nicht. Du hast doch volles Leben. Ich, hm. Ich stand zu nah. Ja, ja, ja. Ist das unsere peinlichste Aufnahme bisher? Äh, das meine zweite Aufnahme ist... Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Die erste lief souverän. Genau, ich weiß nicht, an was das lag. Vielleicht daran, dass keine Gegner kamen. Vielleicht. Vielleicht sollten wir anfangen, Spiele zu spielen ohne Gegner. Ich wollte gerade Minecraft vorschlagen, aber... Nein, da gibt's Creeper. Angeblich, hab ich gehört. Ich nehm wieder die linke Seite. Die macht mehr Spaß. Ja, da kannst du mehr schießen. Genau. Und woher kamen diese Wichser? So ein Händchen. Ich erwisch euch alle. Ich erwisch euch alle. Nein, nein, wir haben es jetzt geschafft, die Tür zu öffnen. Ich fühle mich. Kurt, komm her. Die Lokale sind in Schuss. Die Gettel hat sich verrat. Und wir sind verraten. Wir brauchen backup. Und wir brauchen ihn gleich jetzt. Wir brauchen, dass ich nicht so richtig kone. Ich bin auf meinem Weg. Du hörst das, Cheva? Ich helfe mich auf dem Weg. Ich habe das. Ich helfe dich, Justine. Ich helfe dich. Ich helfe dich, ich helfe. Ich helfe dich, dass ich nicht. Ich helfe dich. Ich helfe dich. Ich lasse, ich lasse, 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 lasse. Lasse, lasse, lasse. So, das halts in einem Moment auch. Wo ist mein... Hast du jetzt meine Knarre genommen? Hast du jetzt meine Knarre genommen? Nein! Der Fatsche, der Fatsche, der Fatsche! Bitteschön! Dankeschön! Jetzt mal deine Aufgaben. Okay. Gut. Oh, 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 oh! Okay, klar, das war mein Zeichen, der ich habe. Da 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 okay oh 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 wo ist der Große, der war bei mir er ist unterwegs zu dir, nicht zu mir ich hau ab Rundhaus! Head Charge! Rundhaus! Head Charge! Ah, wo die Tonne? Moment, ich habe ja noch 20 Knacken. Nehm doch mal das mal. Uh! Ah! Ah! Moment, welche Tasse? Das ist... Ich setze noch ein bisschen Maschinenpistolen-Munktion für dich. Ja! Ich habe auch... Wo ist der Grosse? Ist der tot? Das glaube ich nicht, der kommt da. Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Da, weg, weg, weg! Weg, 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 weg! Und das war einfach, warum ist das mal so gut? Genau! Ich bin das mal nicht gestorben. Ist nicht meine Schuld. Ist nicht... Leute! Echt jetzt? Also ich wollte es vermuten. Okay. Und... Weiter geht's. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen... Keine Ahnung, was ich sagen würde. Weiter geht's! Ich weiß nicht, aber ich würde sagen... Leute! Hier geht's rein! Kommt schon! Hier geht's rein! Was machst du da? Zeit verplempern! Und wie viele... Zombie-Typen gibt es noch? Wie Zombie-Typen? Wie Zombie-Typen! Wie Zombie-Typen! Hier? Watt die Whoa's! Erst wir, etwa da... Wirعnen dieests der Leute. roaring DM außen! Auf초 masuk wie wir zippers sie betrieben! Ja und sie bitte... In der nationale Seite! Äh, Gott sei Dank. Ich dachte... Keine Panik, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Wir brauchen, und wir brauchen jetzt. Roger that. Just sit tight. Ich bin auf meinem Weg. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. Just help you get here. Quick! Haha. Human ist nicht fertig. Das Tor ist offen. Alter. Das reicht aber nicht für lange. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Lauf weiter, weiter, weiter. Äh. Wow, 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 wow. Na, das hat der Brauch vor. Nein, nein, nein. Oh! Tja, daneben. Ey, ich vaternisiere mich. Rundhaus. Ich sag da Rundhaus. Ich sag da Rundhaus. Ich sag da Rundhaus. Das sah mir aber eher nach einem Grabhaus aus. Was ist denn ein Haus? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was? Was? Hä? Hey Minecraft? Wann. Wann, wann, wann. Ich kann doch nicht fahren. Dra钱! W� weg von von ihm, weg von ihm. Hinter dir, hinter dir. Na ja. Leider gehir jetzt nicht zu wissen, dass hinter mir irgendetwas ist wenn ... Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Lass mich los. Hast du noch Munition? Ja, zwölf Schuss. Ich hau ab her. Gut, dann bin ich ja auch schon unterwegs zum Abhauen. Hier komm hier rein, hier hat's auch noch Munition. Ja, das hatte ich gerade... Was hattest du das? Was? Ich wollte gerade die Tür zuspüren, aber mit einem riesen Loch... Raus zum Fenster! Raus zum Fenster! Raus zum Fenster! Meins. Ich geh schon mal weg von dieser Tür da. Komm mit mir mit, wieder zum Ausgangspunkt! Zum Ausgangspunkt! Lauf, lauf! Der Typ war direkt hinter dir! Ich weiss, ich weiss, das war alles genauso geplant. Ich hab doch gerade das Leben gerettet... ...Infantile... ...Infantile! Nenn mich auch Attila! Ah, oh! Oh oh! Is that good? Nein! Oh my yes! Uh... Sorry, ich bin ich wundere. Ich werde den Schuss auf die Tür. I'm gonna take out the door. Find some cover! Find some cover! Oh my yes! Take cover! Take cover! Hallo hallo! Oh, bevor wir es vergessen, wir sind bei 27 Minuten. Es passt doch, wir sind fertig. Ja, gestorben fünfmal, du fünfmal. Zeit, ja, Punkte, wir sind wie Rang. Du hast Präzision Nessrang, ich hab besiegte Gegner Nessrang. Ja. Also bin ich gar nicht so unnütz. Gib's zu, gib's zu. Ja, ja. Komm schon, komm schon. Und gerade so, gerade so. Es war mir eine Ehre. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao. Auch von mir, bis zum nächsten Mal.